So, mein Fazit, wenn Sie viel mit Word arbeiten und Sie Personen haben, die im Word mit Absatzformaten umgehen können, ist das wirklich eine ganz tolle Sache. Testen Sie das Ganze mal aus. Wie gesagt, wenn Sie hier unter mehr gehen, können Sie auch hier eine Probelizenz oder Free Trial runterladen und das Ganze mal ausprobieren. Ich finde es eine ganz coole Lösung und ich glaube, es hat auch noch viel mehr Potenzial, wie ich jetzt gezeigt habe. Bis zum nächsten Mal.